Lieber mit dem Kopf durch die Wand, mit dem Kopf durch die Hürden, mit dem Kopf tief im Sand, kann ich Schmerzen nicht spüren, vom Herz bis in die Füße, defekte Schutzmechanismen, die da Stummschreie kritzeln und Wunden frei wischen und Wunderheilmittel ist die Kugelschreiber-Tinte, für kluge Schreiber die Minze im Mojito-Gefäß, doch oftmals bleibt's ein Inkognito-Track im monotonen Dreck. Mh, Ben & Jerry's Cookie Dough, einen Löffel für den Superflow, und einen Löffel für das nächste Mal, und einen Becher für den Regentag. Schengelt es sich hoch, drückt mir ein Kissen auf den Kopf, bis ich verdränge, dass ich doch eigentlich mal wirklich pennen soll. Jetzt lieg ich da ganz friedlich und ich schalte ab, denn das Monster, das verkriecht sich in der kalten Nacht. Ich hab mich schon bekämpft, sogar ein paar Mal gewonnen, mal ein paar Hiebe bekommen, dabei Ideen bekommen. So bleib ich jetzt, ja so bleib ich jetzt. Alleine, zu zweit, in meinem Bett, da ist ein Monster unter meinem Bett, was in mich verliebt ist und mir viel verbietet. Es lauert in seinem Versteck, bis der Stift das Papier trifft. Ich bin das Monster unter meinem Bett, was in mich verliebt ist und mich viel verbietet. Es lauert in meinem Versteck, bis der Stift das Papier trifft. Ja. Ich bin der Stift das Papier trifft, bis der Stift das Papier trifft.